Jetzt, im Februar 2023, wird die erste einer neunteiligen Reihe von kolorierten 5-Euro-Münzen mit dem Thema Wunderwelt der Insekten von der offiziellen Ausgabestelle der Bundesrepublik Deutschland, der Münze Deutschland, ausgeliefert. Ursprünglich war der 20. Oktober als Ausgabetermin vorgesehen, er wurde aber aus produktionstechnischen Gründen, wie man verlautbarte, auf den 24. November verschoben. In diesem Video möchte ich euch diese Münze en detail vorstellen und begrüße euch erst einmal recht herzlich auf meinem YouTube-Kanal Sammlerfreak. Auch dieses Video hat wieder Sprungmarken, die ihr entweder in der Beschreibung unter diesem Video findet oder in der Timeline am Unterrand des Videos. Somit könnt ihr bei Bedarf direkt zu den Unterthemen springen, die euch besonders interessieren. Nun wünsche ich euch aber viel Spaß bei dieser Münzvorstellung. Im Gegensatz zu den folgenden 8 Münzen dieser Serie widmet sich diese erste, nicht einzelnen Insekten, sondern ihrer Lebenswelt. Der Blick des Betrachters wird sofort auf die kolorierten Wildblumen und Pflanzen gelegt. Nach Angaben der Münze Deutschland hat man ein neues Verfahren zur Kolorierung der Münzen angewandt, bei dem die Farbe direkt auf das Münzrelief aufgebracht werde. Bisher war das Dampondruckverfahren gängig. Die dargestellten Pflanzen wirken wie ein Teil einer vom Menschen unberührten Wildblumenwiese. Welche Pflanzen das im Einzelnen sind, überlasse ich jedem Betrachter selber. Diese Pflanzen werden aus unterschiedlichen Richtungen von Insekten angestrebt. Da ist ein Käfer, der ein tiefhängendes Blatt erklebt, zahlreiche Kleininsekten, ein großer Schmetterling, Bienen, die das Blütenmeer umkreisen und unten auf einer mattierten Fläche ein Wasserläufer, der zu den Pflanzen strebt. Ein Farbverlauf in der Tönung dieser mattierten Fläche könnte andeuten, dass die Pflanzen dicht an einem Wasserlauf auf festem Boden stehen. Diese mattierte Fläche grenzt sich scharf gegen den Spiegel nach oben ab, sodass der Spiegel wohl die Luft symbolisiert, in der sich viele Insekten bewegen. Auf jeden Fall stellt dieses Bild ein Paradies für Insekten, also deren Lebenswelt dar. Das drückt auch der Titel der Münze aus, der unten an den Randstab angelehnt als insektenreich angegeben wird. In dem Gewimmel der Insekten wirkt die Künstlersignatur von Jordi Truxa, die beiden übereinandergelegten Großbuchstaben J und T, selber fasst wie ein Insekt, das sich somit harmonisch in die Bildgestaltung einfügt. Auf der Wertseite schwebt ein relativ klein gehaltener Bundesadler in seiner typischen Darstellungsweise. Auch er passt sich der filigranen Bildgebung der Bildseite an, indem er nicht, wie auf anderen Münzen, gravitätisch daherkommt, sondern eher leicht schwebend. Umgeben wird der Spiegel der Bildseite von einem an den herhabenen Rundstab angelehnten Nationalitätenbezeichnung Bundesrepublik Deutschland für das Ausgabeland. Der Kreisschluss erfolgte durch die zwölf Europasterne, die asymmetrisch durch die Angabe des Ausgabejahres 2022 unterbrochen werden. Oberhalb des Adlerkopfes schwebt die Angabe des Nominals und der Währung, wobei die 5 in einer deutlich größeren Schrift ausgeführt wurde als die Währungsbezeichnung. Der Münzrand selber ist glatt, allerdings mit einer vertieft geprägten, in Majuskeln ausgeführten Umschrift Wunderwelt Insekten. Beworben wird zu dieser Münze von der Münze Deutschland zusätzlich ein Sammelalbum, mit dem man sich offensichtlich vorrangig an eine neue Generation von möglichen Münzsammlern wendet, die Kinder. Entsprechend hoch ist die Auflage der Münze. In Spiegelglanz werden maximal 150.000 Exemplare geprägt. Die Stempelglanzausgabe füllt allerdings bis zu 2 Millionen auf. Damit zählen die Münzen zu den häufig Dargestellten. Das Münzmaterial selber ist eine Kupfer-Nickel-Legierung, also kein besonders werthaltiges Material. Zudem sind die original kolorierten Münzen der Bundesrepublik auch keine Besonderheit mehr. Daher schätze ich die Wertentwicklungsmöglichkeiten eher als gering ein. Es ist dabei nicht auszuschließen, dass diese Münzen anfangs zu höheren Preisen gehandelt werden, wie ihr auch in meiner Zusammenstellung sehen könnt. Mit der zweiten und weiteren Ausgaben wird sich allerdings vermutlich der Marktpreis wieder stabilisieren. Bevor ich mich heute von euch verabschiede, schauen wir uns noch an, welche Ausgaben die Serie kompletieren werden. Dabei erscheinen die neuen Münzen nicht jahresweise, sondern quartalsweise, also vier Exemplare im Jahr. 2023 sind das der Siebenpunkt-Marienkäfer am 9. März, der Schwalbenschwanz am 15. Juni, am 7. September die rostrote Mauerbiene und am 9. November die gebänderte Prachtlibelle. 2024 folgen dann das grüne Heu-Pferd, die Heinsschwebfliege, der Hirschkäfer und die Steinhummel. Die Fotos dieser Münzen habe ich mal wieder von der Münze Deutschland, der offiziellen Ausgabestelle für Sammlermünzen der Bundesrepublik Deutschland, erhalten. Dafür danke ich an dieser Stelle recht herzlich. Dieser Sachverhalt erfüllt für mich allerdings nicht den Sachverhalt einer Werbung, da ich mit meinem Kanal und den Videos nicht Werbung für einen Vertriebsweg mache, sondern lediglich für offizielle Münzen. Ja, und das war's mit dieser Münzvorstellung. Ich hoffe, Euch damit gut informiert zu haben. Mir auf jeden Fall hat es wieder Spaß gemacht und ich hoffe, Euch auch. Wenn es Euch gefallen hat, gebt mir einen Like. Wenn Ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, ändert das. Jetzt aber sage ich erst einmal Danke für Euren Besuch und Tschüss, bis bald, Euer Sammlerfreak.